Die 1000 Euro Challenge auf 100,5 das Hitradio, präsentiert vom Aquis Plaza. Ich bin Jenny aus der 100,5 Radio WG und ich mache die Silke heute platt, weil ich so eine Niete bin im Kochen, dass ich dafür besser backen kann und dementsprechend Eier steif schlage. Ich bin die Silke aus Kohlchen und mache die Jenny platt, weil ich es meinen Kindern versprochen habe und beweisen will, dass ich die Beste im Eier schlagen bin. Die erste 1000 Euro Challenge, Schaumschläger, startet jetzt! Da darf keine Schale rein. Ein Hoch auf den Mixer. Oh, kacke! Meine Haaren! Ich trau mich noch nicht. Ja! Eins, zwei! Ja, passt super! Oh, läuft! Meine Hand! Ich bin schon bei dir! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nicht aufgeben! Ja, passt! Ja, das war mein Kampfruf. Damit hat Jenny gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Arm mehr. Das ist echt anstrengend. Ich glaube, ich habe gewonnen, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch! Es tut mir so leid, Silke. Das macht nichts. Spiel und Gewinn verlieren. Alles gut. Silke, du weißt, dass du einen kleinen Trostpreis sicher hast von uns, ne? Ne, weiß ich nicht. Wir haben ja einen Partner dieses Mal dabei. Das heißt, du bekommst von uns einen 105 Euro Gutschein für das Aquis Plaza. Oh, schön! Zum Brustshoppen! Oh, herrlich! Oh, das ist klasse! Freue ich mich! Da hat es sich viel gelohnt. Sehr gut! Super! Hat trotzdem Spaß gemacht! Ja, mir auch. Jetzt bin ich aber nicht da einfach. Ich kann jetzt keine Eier mehr sehen. Die 1000 Euro Challenge. Nur auf 100,5 Das Hit Radio.